Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Partner von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, ich habe jetzt ein bisschen herumgeübt und herumprobiert und ich bin der Meinung zu wissen, wie man das Desaster hier jetzt gut über die Bühne bringt. Und zwar brauchen wir unsere Saboteure hier. Wie sie ja eh schon gesagt haben, zerstören sie Gebäude. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz viele Saboteure erschaffen, die hier schon mal anfangen, die Gebäude hier zu besiegen, zu bekämpfen. Und dann werden wir das Kind schon schaukeln. Bin ich mir recht sicher, dass das gut hinhauen wird. Ihr könnt da ruhig mithelfen beim Kämpfen, ne? Ihr müsst da nicht warten, bis die Zeit vergeht. Wir brauchen auch einen recht großen Saboteurs-Trupp, sag ich jetzt mal, der sich dann um die Burg da unten kümmert. Moment, ein Saboteur sollte eigentlich noch hierher. Na, machen sie das mal platt. Und da oben müssten auch schon die nächsten, wow, Handlanger sein. Natürlich, die Felder sind schon wieder kahl und brach und fix und fertig. So, mehr Saboteurs. So, wir werden auch nach und nach dann schauen, dass die Einheiten gleich da runterlaufen. So, auf euch habe ich gewartet. So, ihr lauft schon mal los. Äh, wo sind jetzt die Saboteure hin? Ich brauche euch für die Burg hier unten. Bitte, ähm, tut's was. Wo bist, wo seid ihr zwei? Okay, das müsste reichen. So. Ihr könnt da auch eigentlich mitkämpfen. Wir müssen da nicht warten, bis die Zeit vergeht. Na, macht's mal was. So, die Saboteure sind unterwegs. Die machen heiß gleich mal die Burg dann da nieder. So, schön blätten alles. So, ist fein. Die Saboteure können schon mal hier her gehen. Jetzt werdet's gleich sehen, ne? Boom, crash, jepa. Boom. Boom. Oh. Hat nicht hingehauen, ne? Ich soll's, äh, sprengen. Warum machen die das nicht? Warte, so will ich das aber nicht haben. Wieso haben die das jetzt nicht gesprengt? Wieso haben die das jetzt nicht gesprengt? Das war jetzt aber nicht wie geplant. Muss ich die einzeln vielleicht? Gehen die gar nicht in die. So, vielleicht schon eher. So, sammelt's euch da mal, ne? Der eine lief gut. Der zweite lief auch gut. Der hat's gepackt, der. Was machst du denn, du Trottel? So, und du sollst den da machen, bitte? Ihr könnt's da auch mit helfen. Ihr müsst da nicht stehen. Das war jetzt ja wieder mal komisch. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, sag ich mal. Finde ich grad echt ein bisschen merkwürdig. Jedenfalls, wir müssen halt Gas geben, ne? Das habt's eh schon. Das habt's eh schon. Waa, den wollte ich nicht haben. Das habt's eh schon gesehen. Wir müssen wirklich zunter machen. Ähm, die Brücke wird nämlich kaputt. Und bis die Brücke kaputt ist, müssen da so viele... Würdest du den jetzt mal hinmachen, du Trottel? Ist ja unglaublich. Wie kann man nur so dämlich sein? Das ist ja fürchterlich, sowas. Ja. Jetzt würdest du... Alter, ich glaub, ich spinne. Da hin. Und hier, der ist kaputt. So. Jeder Einzelne. Zwei. Drei. Vier. Fünfe. Sechse. Es ist ja unglaublich. So. Dann. Hier sind noch ein paar Humble-Männer. Ich glaub, jetzt gab's besser. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gibt's ja nicht, dass die so wenig Schaden nur kassieren. Das ist mir grad ne ganzes Geheuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt grad scheint's zu funktionieren. Perfekt. Perfekt. Die zwei kommen aus. Die zwei kommen aus daher. Sehr gut. Sehr gut. Das stimmt. Also, die Blut müsste jetzt kaputt sein. Komm. Exportieren. Jawohl. Perfekt. Dann machen wir, oder machen wir das Tor kaputt. So. Jawohl. Der zweite Saboteur ist auch. Perfekt. So, dann wäre wieder gut. Einheiten nachziehen. Nachbauen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ebenso die Saboteure. Ja, das passt schon mal. Die sind hier sehr fleißig. Das passt auch. Ihr macht's aber trotzdem hier ein neues Bergbaulager schon mal hin, weil ihr seid so unten bald fertig. So. Ist das Tüdel jetzt offen? Nein. Der braucht noch einen. Ja. Dann ist hier das Tüdel schon mal offen. Dann können wir die nächsten drei... Mein bitte. Was macht der? Was bitte macht der Trottel? Die sind irgendwie dämlich, habe ich das Gefühl. Müsst du jetzt mal Boom machen? Geht ja. Und ihr drei, nehmt euch den da vor. So. Bitte kaputt machen. Silbe Gedeih sollte in zehn Minuten hier sein. Ja, ich freue mich. Dann sollte sich besser nicht verspäten. Ja. Jetzt auf die Kanonen. Die Kanonen scheiße. Wir bringen die um. Das ist nicht der... Ja, die halten viel zu viel aus. Okay, wir sind jetzt da schon mal drinnen. Dann... Vielleicht doch zwei Trieböcke mitmachen. Vielleicht, eventuell... Perfekt. Ziehen wir gleich nach, mitsamt dem Pfarrer. So, ja. Dann kommt ja auch ein Trieböck nach. Ich hoffe, dass... Alter Schwierig. Ich hoffe, dass es haut hin. Okay. So, wie schaut's aus da mit euch? Ihr seid fertig. Passt. Ich tu zieh jetzt mithelfen. Schaf, du gehst mal auf die Seite. Du störst hier. Holz hätten wir genug. Ich würde sagen, da zieh ich noch zwei ab. Und die werden hier beim Gold helfen. Weil Holz brauche ich derweil nicht so viel. Ähm... Trieböcke. Ich habe jetzt zwei. Ein dritter... Okay, fehlt ein Gold. Ähm... Zwei hätte ich... So. Hier drei. Boah, das ist echt übel halt, ne? Wir können jetzt noch den Turm-Tabletten. Mal vorbei kommen wir da sowieso nicht. Schnell, macht sie platt. Ihr müsst sie besiegen. Ihr müsst sie besiegen. Passt. Weg damit. Kommt. Weg da. Weg machen. Ihr zwei macht's. Den da weg. Jö, ne? So. Wer da mit euch? Das muss halt alles zacki-zacki gehen, ne? Das ist... Wow, was macht ihr da hinten oben? Ihr Idioten. Wenn ich euch da unten brauche, ne? Voll trotteln. Und dann wundere ich mich wieder, wenn ich das verliere, ne? Bitte macht's den Turm platz. Bitte macht's den Turm platz. Oder? Ja. Dann macht es wenigstens ihr zwei. Boah, das wäre echt gut, da hinten warten. Ey, ich sag das da hinten. Alter. Dahinten warten, hab ich gesagt. Da. Ihr zwei Projekte ist da nochmal. Oder macht's hier von mir aus. Wo sind die Nächsten? Auf die Trieböcke muss ich halt so zackrisch aufpassen, ne? Boah, ey. Ja, das sind die Felder. Drü, 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 drü. Und ich mein, was die unter Verstärkung verstehen, ist ja auch eine bodenlose Frechheit. Muss ich schon sagen. So. Ihr zwei in ihr zu knackern. Wow. Der Fahrer. Hallo. Passt. Am liebsten würde ich hier einen Turm aufbauen, sag ich ganz ehrlich. Da so und da so. Die sollen da beliebsten mithelfen. Wo ist die Verstärkung? In Shibutistan. So. Auf Wasch geht's. Gehen wir auf Vollgas. Da. Immer flotty. Passt. Aber zuhint ist keiner. Ey, was macht's? Okay, die sind fertig. Baut euch wieder zusammen. Alter. Zieht's euch zurück. Baut euch schneller zusammen. Zieht's euch zurück. Bleibt's da. Sammelt's euch hier mal kurz. Das lief eh schon mal nicht so schlecht. Der erste Versuch, ne? Jetzt können wir auch wieder mit Saboteuren arbeiten normalerweise. So. Das müsste reichen. So, stellt euch hier hin. Und dann könntest du ja angreifen. So, Skorpione gehören weg. Passt. So, der Dribok gehört weg. Oh, ich hab vergessen. Ich hab ja ein bisschen was vergessen, ne? Zum Beispiel die Chemie machen und so weiter. Super. Echt Daumen hoch für mich. Das Holz können wir mal schön sakrisch verkaufen. Nächstes hab ich das gemacht. Aber die Chemie fehlt. Nix gut. So, ja. Ich denke, ich werde auch noch ein paar Leute fürs Essen einteilen. So. Zwei vielleicht. Von den Holzfällern. Einen vielleicht noch. So, dass das schneller geht. So müsste es passen. Wie schaut's da aus? Wie? Es lebt nur mehr einer. Was machst du denn da? Trottel. Aber immerhin. Zwei Saboteure sind ja schon mal hier. Vielleicht kommen wir jetzt ja ins Landesinnere. Also besser. Also leichter. Also ich hoffe halt. Schau mal. Wo der Saboteur hin will. Ich denke mal, das Dorfzentrum gehört weg. Und die eine Burg haben wir eh schon geblättert. Ich hoffe halt, dass es nun mal das Dorfzentrum ist. Und ich hoffe wirklich, dass wir das hinkriegen. Boah, ich würde mich so freuen. Oh, Maria. Da ist noch eine Burg. Ja, ja. Ja, ja. Das war klar hier. Da muss ich durch rein. Dreck. Da ist vielleicht noch gut ein Triebock. Ein paar Paladine noch. Vielleicht geht sich auch noch ein Mönch aus. So. Ich komme. Verdammt. Der ist schon wieder da. Ja, ja. Um Gottes Willen. Ist schon gut. Na, bitte. Das ist schlecht, dass die Verstärkung schon da ist. Jetzt haben wir Zeit. Stress. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Um Gottes Willen. Aber es ist halt mit der Nahrung. Ist halt so gefreut, ne? Da geht halt nichts weiter. Moment. Geht's da runter. Ich nehme euch alle mit. Geht's da runter. Und da bauen wir unsere Dorfzentren her. Vielleicht geht das. So. Geht's da mal helfen, ne? Ihr nicht. Boah. Ihr nicht. Hallo. Ja, ja. Ist schon spät. Boah. Ihr doch nicht. Ihr sollt die Burg da am besten. Machst du die Burg? Ich hoffe, er kommt durch. Aber ich glaube nicht, dass er durchkommt. Da ist die Burg zu stark. Geh. Super. So. Es wird nicht viel bringen, fürchte ich. Bitte. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich hier... Keine Steine. Dein Ernst. Verfluchte K. Verstehst? Scheiß-Dreck-Steine. Verlucht schon. Verdammt. Das wäre jetzt mein Plan gewesen. Ach, kacke. Vielleicht geht's trotzdem. Die produzieren eh. Gibt's halt ein bisschen Gas. Wenigstens ein bisschen. Warte. Ist die Burg jetzt hin? Ja. Die ist hin. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt ist das nämlich schon leichter, das Ganze. Was macht's denn ihr da hinten? Das ist echt ein Witz. Ihr versteht das, ne? Ihr geht's da bitte auch noch rüber, so schnell es geht. So. Stein haben wir schon 100. Hallo. Beschützen gehen. Hallo. Meine Güte, sind die dämlich. Ich weiß nicht, wo ich das Drecksding hinbauen soll. Ich werde sie hinbauen. Bitte, bitte Sie jetzt kämpfen. Passt. Dann stehen weiterhin noch Sachen. Alter Verwalter. Geht's endlich bauen. Ich bitte euch. So, der Rest, da drüben steht. Der stirbt. Passt. Wow, und der Part ist halt auch schon wieder am Ende, ne? Alter, 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 alter. Jetzt auch? Jawohl, doch. Macht's die Häuser hin. Seid's jetzt bald soweit? Da oben kommen immer noch welche, ne? Das heißt, da oben geht noch die Post ab. Das gefällt mir gar nicht. Bitte, seid's jetzt bald soweit. Ich werde euch hier die Felder dann abernten lassen, komplett. Dorfzentrum gebaut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter Schwede. Ich würde sagen, Belagerungswaffen. Äh, wenn ich einen Platz dafür hätte, ne? Hallo? Da. So. Okay. Schön die Häuschenblätten. Passt. Gut, ihr dürft's mitspielen. Hier. Gut, das passt. Ähm, was brauchen wir noch? Ähm, ne Burg. Zu wenig Stein. Vielleicht ne Schießanlage. Schießanlage wird sicher auch gehen. Ah, das läuft gut. Das läuft sehr gut. So. Jetzt kann ich hier wieder ein paar abziehen. Zu Gold. Boah, mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Wow, geht's einmal da zurück. Sammelt's euch ein bisschen, hm? Wartet's auf die Saboteure, bitte. Bleibt's da in Sicherheit. So, die Burg kann nämlich gleich gebaut werden. Perfekt. Und da ist auch schon die Zeit für die Burg. Muss ja nur professorisch dahin gebaut werden. Das passt dann schon. So, schön kaputt machen. Ich glaub aber, dass das Belagerungshäuschen da ein Schwachsinn war. Geht's jetzt ein Bild zurück. Aber ist sehr wurscht. Was haben wir da? Nahrung haben wir genug, dass wir das gleich mal entwickelt. So, schön bauen. So, ihr macht's die Skorpionchen platz. Schön plätten bauen. Schön plätten, schön bauen. Perfekt. Hervorragend. Und ihr könnt's jetzt hier eigentlich zumachen. Wir machen hier schlichtweg zu. Nein, das wollte ich so nicht haben. Zumachen und so. Meine Güte, was tut's hier da schon wieder? Macht's das Platz? Das ist echt mühselig. So, hier solltest du das hier mal bauen. So. Perfekt. Und dann werden wir das hier angehen. Also die Sturmböcke. Perfekt. Das schaut ja schon noch was aus. Ihr drei macht das Gebäude platz. Ihr könnt es. Wo geht's hier hin? Okay, der verbringt noch was. Ich glaube zwei. Sehr gut. Ihr baut da das noch hin. Und dann kommen ein paar Türmchen. So. Nur ein paar Türmchen. Das reicht schon. Passt. Das ist hin. Hier können wir noch hin. Hergeben. Geht's ihr mal zurück. Bitte. Wie schaut's da oben aus? Da schaut's noch gut aus. Um nicht zu sagen, sehr gut. Äh, gut. Das müssen wir auch entwickeln. Was fehlt denn? Holz. Bäh. Holz fehlt. Okay. Bitte. Holz. Ja, was geht hier ab? Okay. Bitte angreifen. So. Wir müssen weiter in die Richtung. Wobei da oben sind scheinbar... Da oben gibt's scheinbar irgendwie ein Lager von diesen Deppen oder so, ne? So, ein Klösterchen wäre auch nicht schlecht. So ist gut. Das läuft super. Einen Moment. Da musste ich doch glatt husten. So. Dann würde ich sagen, da der Part jetzt auch schon wieder Überlänge habt, gut. Ähm. Dass wir wieder, ja, für heute Schluss machen. Und im nächsten Part dann hier frisch, fröhlich weiter kämpfen. So. So ist es fertig. Perfekt. Dann tun wir einen Mönch hin. Wie schaut's da drüben aus? Okay. Irgendwelche verlorenen Einheiten haben wir nicht. Das ist gut. So. Du kriegst ein neues Feld. Du tust gar nichts. Okay. Du kannst das Feld haben. Da. Irgendeins. Holz kommt jetzt auch nach. Perfekt. Perfekt. Dahin sollst du gehen. Naja, gut. Ähm. Ich glaub, es schaut recht gut aus. Wir kommen recht brav voran. Ich werd hier auch noch ein Türmchen herstellen. Ähm. Ich find, es läuft sehr gut. Wir werden jetzt auch, ähm, Ungarn dann besiegen. Ah, da schaut mal, was wir da haben. Da werden doch ein paar Trieböcke nicht so schlecht. Ähm. Jedenfalls, ähm, schaut's mit Ungarn recht schlecht aus. Die werden jetzt da im nächsten Part den Löffel abgeben. Dann haben wir's auch schon überstanden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.